Die positive Entwicklung der Intergeo in den vergangenen Jahren hat mehrere Gründe. Das ist nicht eindimensional. Das eine ist sicherlich, dass wir heute doch auch ein ganz anderes Arbeitsfeld repräsentieren. Und einer dieser ganz wesentlichen Gründe der letzten Jahre ist, dass das Thema Geoinformation, was die Intergeo sehr früh aufgegriffen hat, inzwischen längst in weiten Teilen der Wirtschaft, aber insbesondere auch in der Politik, wahrgenommen worden ist und inhaltlich umgesetzt ist und auch benutzt wird. So dass Geoinformation politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht nur ein Wert ist, sondern auch in Aktivität, in Business stattfindet. Der dritte Grund ist, dass wir uns von so einem Kongress mit Messe, der eigentlich zum Ziel hatte, Wissen zu vermitteln, uns deutlich weiterentwickelt haben zu einer Veranstaltung, die eigentlich eine Plattform darstellt, wo viele Akteure beteiligt sind, wo viele andere Fachbereiche zu Wort kommen, die auch gerne zu uns kommen, wo man sich austauscht und auf diese Art und Weise gewinnt man die Möglichkeit, die gesamte Geospatial-Branche in einem Guss auf einer Veranstaltung zu vereinigen und in den gedanklichen und auch persönlichen Austausch zu bringen, was ja auch ein deutlicher Wert ist gegenüber früher. Ich denke, damit hat die Intergeo mindestens mal zehn Jahre eine positive Entwicklung hingelegt.